Hallo Freunde, kurz mal in einem schönen Post, kurz mal wieder meine Freunde. Cashmo zweifelt an den Sinneswandel von Bushido und trennt sich mit Bildreporter, verdammt nochmal. Cashmo, ich kann es verstehen, man. Natürlich ist Bushido ein guter Verkaufsmann, er weiß nicht, man hat es sich verkauft. Und er hat auch eingesehen, dass durch diese ganze Polizeisch-Scheiße, wo er die Polizeisch-Scheiße die Hälfte seiner Fans verloren hat. Aber jetzt, sein Rücken ist ja jetzt der Staat, hä Bushido? Dein Rücken ist der Polizeischutz. Und ja, ich kann es natürlich hier auf Gangster machen und eine Dokumentation, wo du dann irgendwie so die Polizei so in den Himmel lobst. Nein, ich wollte nie sowas sagen wie, äh, es die Polizei und so. Nein, nein, ich fände, ich, das war alles Fehler, ich bereue das so sehr. Ja, was für ein Geheuchle, Mann, hä? 2013 noch, fickt das, hm? Fick die, hm? Du weißt, was ich meine, hä? Und jetzt irgendwie, ja, das sind meine besten Freunde, ja, die verteidigen mich. Und den bösen Arapfen, ach, 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 ach. Ja, du holst rum an jeder Strophe, man, das ist richtig armselig, Mann. Und dann machst du jetzt irgendwie Gangster und beleidigst irgendwelche anderen Rapper? Und das auch noch mit auf Steuergeld, Nacken, Mann? Jeder Steuergeld, überlegt euch alles, an die Leute die ganze Zeit, die arbeiten gehen. Er beleidigt auf euren Nacken irgendwelche anderen Leute, ey, das ist schon armselig, Mann. Alle Leute Steuern bezahlen, ihr finanziert den Jungen, ihr finanziert diesen Jungen, furchtbar, Mann. Einfach nur armselig, Mann, ihr fehlen echt die Worte, Mann. Okay, meine Freunde, das war's, wie du für nur einen Post. Abonniert und like, nicht vergessen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abonniert und like, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abonniert und like, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.